Hallo, ich bin Marion. Ich komme aus Großumstadt, das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Darmstadt. Ich muss gestehen, ich bin so ein kleines Landei, aber ich könnte mir auch vorstellen, in der Stadt zu wohnen. Berlin ist meine absolute Traumstadt. Wo ich gerade beruflich stehe, ich sitze eher und verkaufe die schönste Nebensache der Welt, Urlaub. Meine Töchter sagen immer, Mama, du gehörst vor die Kamera. Die sind doch schon erwachsen. Ich nicht. Darum probiere ich gerne neue Dinge aus. Und jetzt möchte ich ausbrechen. Es zieht mich förmlich vor die Kamera. In Schauspielkursen und als Kleindarstellerin habe ich erste Erfahrungen gesammelt. Das hat mich so begeistert, dass ich demnächst die Schauspielschule besuchen werde, worauf ich mich sehr freue. Das hat mich so begeistert, dass ich die Schauspielschule besuchen werde.